Aber dann macht ihr nur vier Blöcke kaputt. Ich bringe gleich tot, Alter! Essen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together mit dem Maximus LP und... ...ja, einen wunderschönen Tag. Genau. Und dir. Okay, ja, letzte Folge ein bisschen Knochenmehl gefarmt für ordentlich viel Ton jetzt endlich mal wieder. Da krieg ich wieder ordentlich was zusammen, das freut mich natürlich. Da bin ich richtig happy drüber, da krieg ich wieder ein paar viele Stacks wieder mit zusammen. Da hat sich richtig Knorke, ist das. Jawohl, dat hat ordentlich was gebracht, du. Das waren jetzt fünf Stacks und 40. Das ist gute Ausbeute. Ich hab dadurch bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Stacks und 16. Was? Oder, warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob ich hier, ja, oder, oder halt ein bisschen, ein bisschen weniger, weil ich auch noch ein, zwei Stück in der Ruhe hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall reicht das erstmal. Ich glaube, ich hab eine Facebook-Nachricht bekommen, warte, ich muss Facebook mal eben schließen, damit ich nicht die ganze Stimme habe. Das nervt ja dann eine Aufnahme ein bisschen. Jetzt hab ich das Falsche offen, einen Moment so und so. Ah, wo kommt der, wo kommt der Zombie her? Wo kam der Zombie her? Keine Ahnung. What the fuck, lol? Läuft. Okay. Wahrscheinlich hat er sich einfach nur in meinem Haus versteckt und jetzt hat, oh, es gibt es doch, nein, komm her, ey, boah, ich glaube, es geht los, wirklich. So, jetzt brauche ich. Eine neue Spitzsacke. Boah, Level 13 schon wieder, ist natürlich richtig, nein, richtig knorke. Ja, sehr, sehr gut. Knorke, knorke. So. So. Ach, soll ich das wirklich? Ja, mach mal lieber, würde ich dir, würde ich dir auch schon fast empfehlen, also, wenn ich ehrlich sagen soll, ist es besser. Nein, das sieht scheiße aus. Nein, finde ich nicht, es sieht richtig gut aus, also mach ruhig. Also, nach deiner Meinung geht es dir ja mal nicht. Doch, eigentlich schon, also, ich weiß gar nicht, was du jetzt, naja. So, den Mob Drop wegräumen, zack. Außer dem Pfeil, den behalte ich, ne, so. Kann ja außerdem noch später machen. Genau, genau, hast du recht. Ich mach jetzt nochmal ein bisschen hier den Umriss wieder, wie die unten. Wie sieht es denn soweit mit deinem Mitbewohner aus? Kannst du ja auch so eine, so eine Bitch bauen. Oder was? Hä, wie kommt denn der Creeper hier hoch? Nein! Ich mach das hier mal auch nochmal aus weißem Ton, dann sieht das besser aus alles. So, möglichst nicht. Danke sehr. Aber so. Das muss ja irgendwie auch einen gewissen Grad an Stil haben, ne? Genau. Genau, so, zack, zack. Ich glaub, ich mach das mal von oben aus. Ich glaub, so geht das schneller, nein. Ja. Hab ich auch nichts für. Doch. Kommst du wohl. Ich glaub, da ist gerade jemand auf den TS gekommen. Ja. Hab ich ne Nachricht bekommen. Mama! So, ich hab ihn gemutet. Wir können weiter aufnehmen. Wer war'n das? Dennis. Ich hab' mir jetzt geblockt. Das heißt, er kann mich nicht hören und ich ihn auch nicht. Block ihn auch mal. Ne, ne. Doch. Hab' ich schon, bestimmt. Ha. Sehr gut. Welcher Dennis? Jetzt bekomm' ich die ganze... Ich verarschen. Ich hab' mir ja gesagt, du sollst ihn blocken. Alter. Block ihn einfach. Der hat das... Der macht das nicht mehr. Gut. Lage ich den einfach das nächste Mal, wenn ich den sehe. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Das ist ein nicht gutes Vorbild hier. Hab' ich ja ihn vergessen. Ich geh gar nicht um Vorbild oder nicht. Doch. Vorbild sein. Ich wäre... Hab' ich irgendwie einen Seelose vergessen oder so? Nö. Überall einer da. Ich lauf' hier nochmal rüber. Vielleicht ist ja irgendwo auch nur ein Grafik-Bug. Aber nö. Ähm. Äh. Nö. Oh, geht das schon wieder los, ey. Oh, nein. Haha. Rrrr. Nein. Haha. Hm. Oh, nee. Scheiße. Was denn? Oh, nee. Obwohl doch nicht scheiße. Hä? Oh, mein Gott. Warte, ich kann mal eben hier... Verzauber die Dauber machen. Kann es sein, dass bei Stufe 1 immer nur Effizienz rauskommt? Automatisch? Kann sein. Oh, bei mir ist jetzt nur Effizienz rausgekommen. Nur. Kann sein, dass ich das geändert habe in irgendeinem Update. Das kann natürlich sein. Ich lese die Update-News nicht immer komplett alles durch. Ist ja nicht so, dass mich jetzt interessieren würde, welche Verzauberungen jetzt super wichtig sind und was für kleinste Veränderungen, was für ein Partikel dazugekommen ist und diese ganze Kacke interessiert mich alles gar nicht, also. Hm. Aha. Gut zu wissen. Ja. Wollte ich jetzt auch einfach nur mal loswerden, so. Okay. Weißt du Bescheid, ne? Mhm. Gut. Ist ja jetzt hier alles... Meine Wand ist da, das heißt... Alles parallel. Da ist der letzte. Da ist der letzte. Also ist... Hier ist schon meine Wand? Echt jetzt? Okay. Ist da schon meine Wand. Supi. So, wie heute? Ich wollte hier oben noch einen Balkon raufbauen. Hast du dir deinen Timer gestellt? Natürlich habe ich das gemacht, Kubasch. Keine... So, ich habe alles unter Kontrolle, ja? Gut gemacht. Ich mache das erstmal so... Obwohl... Ich könnte das eigentlich auch hier machen. Nee, mache ich lieber doch nicht. Ich lasse... Ich lasse ein bisschen Rand. Ich lasse generell ein bisschen Rand. Okay, mach das. So. Dann sieht das nicht so wie so eine fett in die Wohn... In die... In die Landschaft gesetzte Blockwohnung aus. Außer hier. Hier mache ich das genau an den Rand, weil... Mir geht das ja nicht anders mit dem Aufgang. Und da auch. Das ist ja scheißegal, meine Güte. Hier ist ja dann immer ein Balkon. Also das ist nicht so unglaublich schlimm. Aber hier? Echt jetzt? Ja. Krass. Okay. Was sagst du? Nochmal ein bisschen... Brauche ich... Doch, können wir eigentlich machen. Mein Ton ist gleich eh schon wieder aufgebraucht. Ich habe noch... Wie viel? Was habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen. Dann müsste ich jetzt bald auch mal ein bisschen Glasfarm, weil... Nicht mal Sandfarm. Aha. Weil mein Glas geht mir aus und ich brauche jetzt wieder übermassig viel Glas. Ah, da war nicht hier noch was drin oder so? Ja, vier Stück. Okay. Ich brauche nämlich wieder übermassig viel Glas. Geh mal schlafen. Nein. Komm schon. Nein. Ich will auch nicht raus. Ich aber. Arsch. Das habe ich jetzt aber nicht gehört. Ich weiß auch gar nicht, wie mein Mitbewohner heißt. Wie soll der denn heißen? Peter. Hans. Heinz. Heinz? Gerhard. Nee, 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 nee. Der muss schon einen guten Namen haben. Cedric. Patrick. Du bist auch so ein Patrick. Harry. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ähm. Boah, Alter, was ist denn mit? Was stellen wir los? Oh, mein Mikrofon ist gerade die ganze Zeit voll am übersteuern. Ah, das ist nicht gut. Sechs, sieben, acht, neun. Nein, das tut mir sehr leid, aber man. Ja. Alter. So. Sorry. Das musste jetzt einfach mal sein. Ich hoffe, meine Stimme ist jetzt besser. Ein bisschen. Boah, Alter, was ist denn noch los? Sorry. Ich habe. Boah, da hat sich mega die Kröte festgesetzt, ey. Ich sage dir, aah. Leute. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Rollst du mal Probleme auf Doom? So, jetzt wird aber erst mal gefarmt. Brauchst du noch Karottis? Ach nee, du hast ja deine eigene Farm jetzt. Ja. Knorke, knorke. Knorke. Obwohl, ich könnte auch noch mal ein bisschen... Voll getroffen. Hm. Ich komme voll auf Knochen, mein Junge. Nein. Creeper, hau ab. Oh, guck. Du bist da. Hinten. Alter, wie viel... Müssen ich verarschen, wie viele Pfeile ich jetzt... Nein. Aber dann macht ihr nur vier Blöcke kaputt. Hör, ich bringe euch tot, Alter. Essen. Hinten. Essen. Oh. Bose, Creeper hat kaputt gemacht, mein Loch. oh komm schon jetzt noch das schlafzimmer vier knochen sauber ich muss jetzt mal mein eigenes schlafzimmer hinkriegen du brauchst schon für deinen mitbewohner ich glaube es geht hier los ja so ist das leben halt nicht getroffen f*** dich creeper von hinten dann hab ich gehört und dann hab ich gedacht ich lass es lieber aber dann hab ich gedacht ich mach es doch und jetzt bin ich voll verwirrt was ich denn überhaupt machen soll komm her komm her wichser jawohl schalalala da unten liegt nichts mehr relevantes ich muss wieder an das essen ich ragge gar nicht ich ragge ich hab nur dreieinhalb Herzen Freunde 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 der Nacht eineinhalb sehr gut und jetzt ist es wieder auch wieder tot so wo ist das nächste Skeleton komm her Skeleton ich brauch deine Knochen Skeletonimus komm jetzt du Wexer lol oh wegzulaufen f***ing Creeper wie ich das hasse scheiße oder ist was soll das denn 15 ich bin bald hier Level 30 so aha du hast hier einen Abgang wenn ich mal eben runterrasen um zu dem Skinneton zu kommen was da unten so freiwillig steht boah voll getroffen Mist ist mich aber auch nein doof da steht eine Witch da soll ich eh lieber vorher noch was essen und komplett recken bevor ich die angreife die vergiftet mich dann dann bin ich wieder fast tot und dann ist es wieder vorbei dann brauche ich noch einen Hit dann bin ich tot das wäre nämlich ein bisschen kake dann wäre ein bisschen doof ne fände ich jetzt so ein bisschen bukake ein bisschen sehr bukake oh that's Creeper Alter komm her komm her Witch ich töte dich wie eine Bitch yeah that's Reim Alter boah du bist ja richtiger Gangster Rapper oh ihr ist schon tot das ging ja schnell es war too hit ey schwör dir richtig too hit hab's voll kaputt gemacht man da stehen zwei Skeletons ganz freiwillig wow ist das nett von euch das erste Skeleton ist schon weg und das zweite jetzt auch Alter das stirbt nicht jetzt wie viele Knochen hast denn du? elf oh cool mhm uncool Bruder uncool von wo? was? mini-zombie Alter ich hab mich erschrocken auf einmal kriegst du mega viele Hits und ich denk mir nur so what the fuck und dann er so what the fuck too und dann ich so what? und er so schau mach dich von kaputt und ich so nee machst du mich nicht kaputt mach dich kaputt und er so nee und hat mich angegriffen und ich so doch und dann hab ich ihn getötet krass ne? unglaubliche Story das ist Hollywood-Reif aha hm weißt du Bescheid ich glaub das verdient einen Oscar diese Story bam dat skill alter dat skill ähm alter hier unten kann man mega gut fahren aber nicht mit so viel Zombies ähm und mit Creepern alter scheiße warum sind hier so viele Creeper auf einmal ja die möge da kommst du wieder mit deinem Witz kannst du mich mal Creeper verwechseln und so kann nicht wegen meinem grünen Avatar haha den war ja wieder hast du deinen besten für heute rausgehauen da hab ich also damals war der ja noch lustig mittlerweile ist der einfach nur bockhaken come on die motherfucker so ich glaube uiuiui jetzt hab ich gerade bemerkt dass der Akku meines Headzets nachlässt ich schließe doch lieber mein Headzet an einen Moment bitte ja weil werde ich es denn los bei dir hallo so bursch kannst du mich wieder hören was war denn los bei dir ja mein Headzet hat wieder den Geist aufgegeben es tut mir sehr leid also der Akku hat leider gerade gesagt ich gehe einfach mal spontan leer ja dann musste ich ihm leider befehlen das nicht zu machen und dann hat er natürlich auf mich gehört weil ich ja sein Herr bin sein Herrscher und Meister mhm wie lang geht denn schon die Folge äh genau 15,5 Minuten oh coole Sache ja ähm richtig coole Sache ich habe jetzt 15 Knochen das reicht aber noch nicht eigentlich brauche ich ja noch mehr ich meine ich so 20 wären schon ganz gut oder ruhig 21 vielleicht oh da ist ja so ein fucking Mini-Zombie zwei Stück zwei Baby-Zombies ist klar drei Baby-Zombies wo kommt der leer nein hört sich gut an ja richtig toll so aber Problem natürlich sofort gelöst ohne irgendwelche Rückstelle oder so ist alles Reibungslos verlaufen Spawnigerkenne Spawnkenne Skeletons mehr dann gehe ich mal wieder hoch und lasse die Creeper mal eben deine Brücke zerstören mhm ne lauf boah das war jetzt das war jetzt schnell da war jetzt da hin ich sehe da hinten noch ein Skelett Scheiße ist hier hinten da war noch ein Creeper Hilfe fuck nein fucking Creeper nein Creeper nicht explodieren oh je Creeper gerettet also explodiert nicht explodiert so mhm gemacht zack da hinten ist noch ein Skeleton kümmer Skeleton dann töt er es mach ich doch aber es wird Tag es darf nicht verbrennen ach es hat eh einen Helm auf also es kann ihn auch nicht verbrennen nice äh was wollten wir jetzt nochmal machen fackeln wo sind meine fackeln in deinem Popo warte mal guck ne da sind sie nicht ok ich sehe die fackeln hier nirgendwo ne 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 boah alter ich dachte schon der Creeper wollte mir schon fast die schicke Landschaft an weißt du was ich meine ne dann wäre aber die Situation eskaliert ja dann wäre da hätte ich schon so ein bisschen durchgegriffen das hätte schon so gesagt das darf der nicht ne da wäre ich da noch ausgerastet Junge da hätte ich dann schon so gesagt das geht so nicht man hätte auch Klapsen auf den Popo bekommen und dann hätte ich ihn zu seinem Papa geschickt und er hätte ihn dann getröstet weil er da richtig weint aha ja so läuft das hier bei Maximius ich habe gleich keinen gebrannten Ton mehr hast du noch Holz? nein doch ein bisschen glaube ich aber dann hole ich mir lieber selber was wenn du kannst ich brauche das eh selber ich hätte es dir nicht gegeben Arsch nur x-Arsch selber Arsch alter krass würde ich sagen fälle ich noch einen Baum und dann beenden wir diese Folge ich habe zu wenig gebrannten Ton doch nicht genau genug jetzt habe ich noch einen gebrannten Ton über genau einen gebrannten Ton es hat perfekt gepasst also die Folge ist ja schon 18 Minuten lang also könnte ich jetzt nochmal eben mein Feld hier ein bisschen beackern und dann wieder neu befruchten mhm er hat befruchtet gesagt ja ja ich bin schon so ein kleiner Schlingel du ich sag dir das so neu besamen so so Feld ist neu besaht habe ich eben sehr schön und dann würde ich sagen war es das für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen wieder wie immer natürlich ihr kennt das ja schon positive Bewertungen wenn es euch gefallen hat negative Bewertungen wenn nicht aber dann bitte mit Grund in die Comments freuen wir uns immer über Feedback wir nehmen auch konstruktive Kritik gerne an und versuchen sie dann umzusetzen und ja sonst wenn es euch gefallen hat ist natürlich alles schniekel alles knorkel und dann würde ich sagen bis zum nächsten Video Motto rein wer hat es gedacht tschüss bis dann tschau